so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal 75 meter steighöhe ok heute gibt es die torbulenz von veco feuerwerk auch wieder eine neuheit die ich zum ersten mal gesehen habe beim veco vorschießen in freiberg die hat mich aus den socken gerissen wirklich das ist wieder sowas geiles guck mal kurz hier hinten drauf 345 gramm gekauft bei feuer pyro land genau ungefähr wieder 20 euro diese cake ihr seht hier 25 millimeter und die kleinen keine ahnung vielleicht 18 15 auf jeden fall hat die richtig geile und dann kommt immer 1 2 3 4 5 6 7 21 schuss feuertöpfe und ihr könnt mir nicht glauben wie geil das ist ich hoffe ich kann euch damit überzeugen zumal weil die zweite reihe der feuertöpfe einfach richtig blau sind es kommt wirklich eine richtig geile blaue wand und das in einem übel geilen tempo und ja ach so was ich vergessen habe die die feuertöpfe die die haben ja so abbiegende sterne steht auch noch mal hier drauf das hat mich gerade gewundert egal auf jeden fall gibt es jetzt die torbulenz von veco und ich hoffe ich kann euch damit ein bisschen überzeugen viel spaß mit der torbulenz jetzt die torbulenz die dürfte auch noch mal gut fried haben die hauptanzüge hat ja kein fächer die hauptanzüge hat sowas und auch 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 Ebenfalls richtig geile Neuheil vom WECUX-Taufenfehlung, Mann! Ebenfalls richtig geile Neuheil vom WECUX-Taufenfehlung, Mann!